Hallo meine kleinen Farbfehler, na habt ihr eine Lieblingsfarbe? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare und findet euren Lieblingsfarbenpartner. Yay! Und wir, wir haben jetzt die Gegner und zwar Rot, Blut Rot, weil wir es gewinnen. Mit Fischi, Sulux, Fuddel und mir der Franzi. Let's go! Bei mir ist aber das Blut blau. Was glaubt's? Na, ist halt Ballau. Ist halt Ballau. Ich kann eh ja nichts dafür jetzt. Top, hallo, Entschuldigung. Sorry. Bei mir ist das Blut aber blau. Bei mir ist das Blut aber blau. Oh, falsches Haus. Scheiße. Scheiße. Also zwei Teams mindestens. Zweite. Da kommen noch welche late. Babyblau. Ist auch schön, ja. So ein Aquamarinen irgendwie finde ich auch schön. Ich weiß es irgendwie nicht, bei mir wechselt das immer. Ich hatte zum Beispiel auch mal Gelb als Lieblingsfarbe, was auch irgendwie mega komisch ist, weil niemand hatte Gelb als Lieblingsfarbe. Das war so im Kindergarten. Ich habe am liebsten mit Gelb gemalt. Keine Ahnung warum. Mittlerweile ist es so, also ich mag auch so ein dunkles Rot zum Beispiel. Ich mag Lila sehr gerne. Lila. Ich kann mich nicht entscheiden. Gelb untergewertet. Oder? Mega. Grün war auch noch in der Zeit. Ja, ja. Auf deiner Seite war schon einer. Hier ist deine MK12, Fischi. Oh ja, ich hole mir die. Oh ja. Ist der Stank? Ja, Fischi ist halt anderer Seite. Ja. Da muss ich ausnahmsweise... Alles gut, ich fand es nur lustig. Schön. Aber der wird natürlich geholt. Wisst ihr ja. Ich habe keinen Helm mit. Ich auch nicht. Das ist ein bisschen Kaffee. Ich habe einen Helm. Hier ist noch einer. Ich bin rausgepatcht. Hier ist noch ein Helm. Hier bei mir. Lau. Okay. Ich laufe. Hier ist noch erweitert AR schnell. War da auch kein Griff oder so? Fischi, du hast keinen Helm mit. Ich weiß. Wollte ich dir nur so sagen. Ich suche einen. Ich habe einen. Warum hast du nicht die Tür hier aufgemacht, Digi? Welche? Ja, hier, Digi. Das war mir zu anstrengend. Ist bei der Kirche jemand? Ja. Hier ist eine MK. Willst du eine MK? Willst du eine MK? Ja. Aber Fischi war doch gerade hier bei der Kirche, oder nicht? War nicht eine MK. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war nur da. Ich war bei der Kirche. Ach so. Oh, Selfress. Baby, Baby. Baby, Baby. Warte mal, Selfress nicht! Oh, jetzt hat es mich reingelegt. Ich habe mich reingelegt. Du hast den Schrank nicht aufgemacht, so Luchs. Warum hast du den Schrank nicht aufgemacht, so Luchs? Warum hast du den Schrank nicht aufgemacht, so Luchs? Warum hast du den Schrank nicht aufgemacht, so Luchs? Warum hast du den Schrank nicht aufgemacht, so Luchs? Hier, den Schrank, hä? Warum hast du den Schrank nicht aufgemacht, so Luchs? Hier, den Schrank, hä? Warum hast du den Schrank nicht aufgemacht, so Luchs? DJ Stock, du weißt nicht, dass ich den Chat lese. Ach, Scheiße! Oh nein! Ich geh mal schnell vor du Fischi, warte. Aua! Oh! Das war knapp. War aber krass. Das war knapp. Ich hab keinen Heal übrigens. Ihr seid ein Gegner bei mir. Ich geb dir den großen Webkit. Stocking! Ich geh mal Heal jetzt. Oh Gott. Danke. Und einen neuen Helm brauch ich. Du hast hier oben, Franzi. Mhm. Ey, du hast angefangen zu schießen, übrigens. Knock, Franzi. Ne, ne, ne. Ich hätte das gar nicht gemacht! F-Store. Wo denn? Wo Knock? Hier. Auf dem Dach? Ja. Oh, schön. Da hatte ich auch einen genockt. Anna hat Bodyshot. Ich hab nur so neid. Vielleicht kommt er. Vielleicht kommt er, ich weiß es nicht. Ich bin so neid, gut. Oh, der ist down. Zumindest einer. Einer ist noch am Leben. Habe ich meinen Retot gerade weggeworfen? Nein, jetzt komm ich nicht vorbei. Hast du das gerade eingesammelt? Einer ist links von uns. Einer ist Retot. Nein. Die sind alle down hier oben. Nein. Direkt bei euch. Oh, shit. Ab einen oben. Nice. Hier ist noch ein... Achso, was war das denn? Oh, das... Nice. Ich werfe den 8 hoch. Ich werfe den 8 hoch. Achtung, ich werfe den 8 hoch. Nein, 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 nein. Ich werfe den 8 hoch. Mach das nicht. Warum machst du das jetzt, Digi? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also... Das ist doch ein Gegner. Nice. Oh mein Gott, nice. Es sind noch Gegner. Es sind noch Gegner am Leben. Der andere ist drüben. Bei mir closed einer vor mir, Fischi. Okay, tot. Hier waren noch Gegner, ne? Über mir läuft Fischi, bist du das über mir? Ich bin auch... Ja, ich bin dran. Okay. Hier war ein Gegner. Ne, die sind tot. Alles gut. Alles tot? Okay. Aber wo war denn der, den ich hier genockt habe? Ach hier. Der ist aufgestanden, hier runter gesprungen und hat versucht mich zu töten. Aber... Du meinst der hat Self-Revive gehabt oder? Ja, das vermute ich. Weil Klamotten-technisch passte der zu dem, den du da oben gedownt hattest. Der hat aber auch nichts. War das eure, Nate? Nee. Von wo kam die? Weiß ja nicht. Die ist aber da explodiert. Ich dachte mir jetzt ein Red Hot. War rot. Auf blau? Ja. Okay. Oh. Fischi? Ja? Machst du das? Was? Nee, der stand neben mir. Der war's nicht. Okay. Wir haben uns wieder nicht vertraut hier gegenseitig. Ja, weiß ich auch nicht. Wegen Stocki. Nee. Oder man, nee. Ich hätte jetzt Sulux gesagt. Aber ja, Stocki. Oh, das war so lustig. Als du noch... Ja? Ist so alleine am Vor-Pushen grad. Ja. Das war schon der Nate. Das war Sulux. Ach komm, der sagt auch schon die ganze Zeit nichts mehr. Ja, ne? Ich bin muted. Ich bin das hier all in one. All in one Repair Set. Moment, ey. Jetzt mal wartet mal. Ich nehm das jetzt. Mach mal jetzt keinen Scheiß jetzt hier. Wer macht das? Macht das einer so? Nein. Ich bin hier auf dem Dach die ganze Zeit gehofft. Was soll ich denn nix erwerfen? Jetzt weint er schon wieder so richtig doll. Er weint schon wieder. Er weint schon wieder. Er weint schon wieder. Wenn du gleich Knockflash gehst, Fischkopf, ne? Knockflash, Sede! Knockflash gehst? Warum soll ich... Weil du mich ermolst. Ah! Ne, das ist schon richtig so, dass es so die Leute sind, die das immer machen. Das macht schon Sinn. Nein. Weil wie Ralle schon sagt, das ist so, wen holst du dazu, so. Und es wird sich immer irgendjemand dann ausgeschlossen fühlen, so. Oder dann traurig sein, wenn er nicht eingeladen wird. So, klar, wir machen jetzt auch viel. Aber zum Beispiel Dalu macht ja auch viel. Lena macht auch viel mit den Leuten. So. Also du kannst dann... Du kannst dich alle einladen. Du kannst aber auch nicht jeden glücklich machen dann so. Du kannst ja nicht 15 Leute... Und ich glaube, das wird auch zu viel werden. Also und wenn der das sagt, dass ich weine... Ja, ich weine doch gar nicht. War das Fuddel? Also natürlich würde ich nein sagen, wenn ich eingeladen werden würde. Aber ich verstehe auch, dass man es nicht macht. Oder ich erwarte. Und ich würde es auch nie erwarten. Ich kriege kein Loot, ne? Oh. Ich habe immer noch eine G36 nicht. Der fuddelt immer, das merkt man nur nicht. Weil es halt so ein Fuddelding ist so, weißt du? Wenn andere fuddeln, dann fällt das mehr auf. Als Fuddeln selber. Ach, Computerspiele sind schon was schönes, ne? Guck mal hier. W, A, S, D. Klick, klack. Schon hast du Spaß. Was? Nee, klack. Ehe, he he he. Oh, schön. Schnick, schnack. Schnick, schnack. Schnick, schnack. So, Lux, holst du mich gerade ab? Nee. Ja, klar hole ich dich ja, Bro. Findest du mit einem M4? Achso, okay. Ich dachte schon, du hast Paranoia, ey. Und Rettort habe ich auch nicht. Gibt's nix. Achso, wirklich? Ich habe keinen Rettort. Auch kein Holo. Ja, ich gucke jetzt. Oh, M4, wenigstens. Wir müssen gleich noch was. Wir sind auch ganz wichtig. Herzmittel und so Sachen. Ich habe gar nichts. Hast du einen gefunden? Gibt es noch jemanden 8-fach? Nee. Wir haben 6-fach, danke. Wo bist du denn? Gibt es noch jemanden 3-er-Rucksack? Nee. Äh, ich habe, danke. Hier, komm mal hoch. Ich würde das 8-fach gegen 6-fach tauschen, Fischi. Das ist okay. Es ist kein Reddots hier. Aber dann schafft die Kino. Ich brauche ja, wenn es so vieles macht. The bottle stands for long. A symbol of the dawn. No milk today. My love is gone away. The bottle stands for long. A symbol of the dawn. Sag dir Bescheid, wenn wir losfahren. Guck mal, ich habe jetzt 25 Bandage und 6 First Aids, aber nur einen Booster. Die Firma war gay. We turned it into a day. Ich habe da einen Oma in den Reingetan. Oh, danke. Die fahren gerade irgendwie von mir weg, Franzi. Nicht genug Platz. Ja, von mir auch. Irgendwo noch ne Garage. Ich hätte nicht Bandagen auch gemacht. Die wissen auch gar nicht, dass wir existieren. Lass mal woanders hingehen. Ja. Gibt es hier irgendwo ne Garage? Ich habe einen Notfall, den Sie Dongsi vor uns vor den. Komm her. Ja, geil. Tschüss, Leute. Wo bist du? Da. Warum ist... Was passiert hier gerade? Wir machen einen Notfall, den Sie Dongsi. Aber was soll ich jetzt hier mit Schüss, Leute und so? Wir haben fünf Minuten mit euch geredet, ihr habt beide nicht reagiert. Das tut überhaupt nichts. Ich habe mich fast umgebracht. Wahrscheinlich habt ihr jetzt auch hier 30 Retters liegen, aber hat nichts gesagt. Zweifach liegt hier. Oh, Selfie, die liegt hier. Hallo. Warum nimmt sich das denn keiner? Bin ich gesehen. Ja, dann... Das ist halt dort jetzt. Du hast... Ich habe schon eins. Auch. Ich habe auch schon eins. Ich hole. Fisch. Ich würde mich beeilen. Vielleicht. Das ist jetzt echt... Fischi. 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 Was ist denn? Nichts alles. Hä? Noch voll viel Zeit, Alter. 20 Minuten. Das wäre aber auch lustig gewesen. Wenn der erstmal anfängt zu looten, ne? Ich vermisse Rondo ein bisschen. Wenn ich mit euch spiele. Ja, aber man sieht das jetzt ja. Wenn da wer oben drauf ist. Ist ja egal. Das sind die Fischi, die durch die Berge ziehen. Ui. Wo wollen wir eigentlich hin? In die Berge? In die Zone. Wollen wir noch so ein bisschen warten? Oh nein, mein Spiel ist abgestürzt. Oh nein. Lass mal noch warten, bis Franz wieder da ist. Scheiße. Ja, ich fall ja irgendwann ab, ne? Ne, ich fall ja... Ich flieg ja in die Zone, ne? Ja. Oh. Ich glaub, du fällst vorher ab. Ja, wenn sie Glück hat. Ich versuch sie zu holen mit dem Auto. Ich kann den Task Manager nicht öffnen, jetzt. Ich bleib mit euch. Ich seh da unten kein Auto. Seht ihr eins? Ich seh da mehrere Autos. Kreuzungen. Ja. Noch ne Kreuzung. Oh oh, Franzi, warum... Warum? Ich kann nix machen du, Witzbold. Scheiße, das eine Auto wurde geholt. Ja, ich bau grün ist eins. Das nehme ich. Warum, sagt er? Warum kannst du nicht? Mein Spiel ist doch abgestürzt. Voll, ich bin sofort da. Der fett Autos vor uns. Wo? Es kommt jetzt auf die Straße. Oh oh. Hallo Fladderschein, was geht schon, dass du da bist? Moin. da ist nur einer drin sie ist wo ich sehe sie nicht mehr ich sehe sie auch nicht doch da hinten du musst rausfahren ganz weit was du willst hier bleiben ja müssen ja nicht zwei leute den hier verschwenden so lux landet auf der station ich beobachte den typ noch nicht dass er dann gefahr wird wieso fahr ich eigentlich der ich nur einen booster habe hier fliegt einer wo fliegt einer ein gleiter fliegt ich musste ja daumen damit ich sie ins auto setzen kann ich steuere wieder rein ich steuere wieder rein er hat sich schon daumen gemacht ne ne und die landen die beiden gleiter boys wo denn ich hab keine bandys hier also weiter haben wir es ja nicht ne aber ich pack dir mal hier rein dankeschön da bist du wieso fährt das auto nicht mehr jetzt seilbahn war clear oder wo sind die jungs seilbahn ist clean gewesen ja auch bei mir ist clean observatory wir haben ja noch ein auto hier hier ich höre ein auto ja das ist so gibt es in diesem spiel wir können auch tauschen gar nichts ja hier ist ein holo dann dann nehme ich das und dann nimmst du das red dort jetzt record ja hier ist doch hier nimmt doch jetzt einfach hast du nicht auch gesagt du brauchst noch booster und so ich habe auch ich habe ein schmerzmittel danke franzi prost hier ist noch ein weiter siehst du stimmt jetzt auch noch ein booster das sind wir müssen noch weiter hier ist noch ein booster fisch ich kann ihn nicht mitnehmen hier ist noch ein booster hier ist sind 34 booster in der hütte hier können hier das das spielen müssen die irgendwie weg machen hier ist auch noch eine spritze hier in der halle fischi vier booster spritze alles da die laufen nämlich nach oben oh gott auf dich ich bin gefallen hat jemand ein bisschen für ein fünfer für mich gleich er hat sich ja bedankt dass ich eben hier in der halle wo ich markiert habe liegt noch ganz viel fünfer können eigentlich jetzt überhaupt ein anderes gefunden aber ich bin nicht noch mal hingegangen nimm es bitte mit timoni ich kann für die position für uns nehmen ja ich kann keine money mehr tragen für dich ich kann man tragen für ihn nimm bitte das auto auch mit welches auto schreit er gleich wieder what do you mean welches auto ich hab's doch drei mal schon gesagt genau so nimm bloß das auto mit sag ich dir du meinst das mit dem ich her gekommen bin ich weiß nicht ach das weiß ich jetzt nicht das heißt also du hast einfach random gesagt nimm das auto mit naja ihr seid hier mit dem du und franzi seid hier mit dem auto gekommen ja plötzlich sind wir mit dem auto gekommen haben wir müssen irgendwo auf rot sein franzi pass auf du läufst da gerade das ist einfach so geil ich sorge mir hier um jede ridge laufe schlau dies das franzi läuft einfach straight the line zwischen hausberg egal was soll denn passieren so lux was willst du denn vermutet sie auch noch alles ich bin gemutet ich mache mich gerade voll über dich lustig scheiße mann hier hat das gehört hinten drin hinten drin im auto danke wir müssen irgendwann hier wir laufen hier bei grün pass auf franzi die pushen uns wir müssen die tilten die auch grün wir sollten ja auch die autos mitnehmen oder wir werden gerade von hinten angemacht hinter uns sind schon welche angekommen pass auf direkt unter uns am stein hier die kriegen gerade shots von dem gegner ja von mir auch sehr gut ich treff die ganze diesem baum da hauen ab head shot it das ist ja jetzt unglücklich wir sind ja ausgestiegen bei geld ja wir mussten sie so lange halten wie geht und dann fahren wir nach links was geht denn bei euch ja hier passiert ganz viel wir haben uns am sack leider weiter links ist schon einer vielleicht kannst du hier rüber kommen franz wenn du dich geheilt hast ihr müsstet eigentlich zu uns bitte ihr müsstet eigentlich zu uns kommen wir können euch gar nicht supporten aber mach mach dein ding da jetzt jetzt zu spät wie viele firstkits hast du fisch keine shots ich hab fünf kannst du mir noch zwei droppen ich hab nur einen ja warte mal jetzt ich hab zwei genommen ich hab zwei genommen ok wir fahren gleich hier mit beiden autos rüber ok fischi ok 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 und zwar jetzt die gucken gerade woanders hin oh die persone kommt die haben noch einen anderen kampf da oben ja ich hab noch eine smoke vergiss die rechts nicht die kommen parallel jetzt fischi einer noch der andere auch noch hier sind wir erstmal safe franz wir lassen mal warten bis die anderen kommen wir können nicht zu euch kommen ihr müsst zu uns kommen wenn ihr irgendwie support braucht wie viele booster hast du noch drei kannst du mir einen geben bitte sorry dass ich dich grad hier aussauge ja die liegen ja vor uns eigentlich ne die ganzen booster und der level 3 gear sowieso ja das habst du recht der hat doch noch kein markt auf grün hat zwei drei hit auf grün hat zwei drei hit oh was ist oben die net war schön die net war schön ich soll ein bisschen nach vorne gehen bei mir einer close aber noch da oben war da noch fünfer hatte viele von da oben sind zwei blau die müssen halt auch runter sehr gut fisch schön dass du das auto mitnimmst auf mich kaputtes auto schade nicht schlimm wir haben hier rechts noch gegner super oft was im genennt das schießt der von oben auf mich läuft nach hinten läuft nach hinten läuft nach hinten noch einer am piefen oben rum was ist insta wir haben jetzt das team vor uns auf ok auf rot auf rot hinter uns ist alles down wir müssen unbedingt noch ziehen ich weiß ich hab das ein full team was nach scheiße naja ich lebe mama dann hat hier gepiekt weiter hinten ich war da am stein ist war einer war und ich kann nicht schnell holen der am stein ist noch wir müssen noch vorwärts 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 er ist rechts noch ohne und jetzt links rum rüber pushen links rum rüber pushen ich hab ihn ich hab noch einen ich mach das wo war der Anna liegt noch unter mir, unter mir Nice, let's go Applaus Ach, schön Geil Start Number two, oder was? Ja, sicher Und? Nice, übel Jawohl Vielen Dank fürs Zuschauen und Danke, YouTube Wollte noch jemand Tschüss sagen? Tschüss, YouTube Tschüss Go, 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 go Hustle, out, hustle